Katharina Köhnke, 23 Jahre, sitzt im Rat der Stadt Münster. Die junge Ratsfrau engagiert sich seit ihrem 15. Lebensjahr politisch und möchte einiges in Münster verändern. Doch wie kam es dazu, in so jungen Jahren sich politisch zu engagieren? Dann war 2009 irgendwie für mich zum einen die Chance in den Jugendrat zu gehen oder mich für den Jugendrat aufstellen zu lassen und dann bin ich glücklicherweise damals auch gewählt worden. Und zum anderen kam dann aber irgendwie kurz danach die Bundestagswahl, wo ich mit dem Ergebnis absolut unzufrieden war, wo ich mir aber vorher schon einige Parteien auch angeguckt hatte, in vielen Strukturen auch unterwegs war. Und ja, das war dann so für mich dann auch so, ja, der Grund dann vielleicht einzutreten in die SPD und bei den Jusos aktiv zu werden. Wir gehen heute zu einem Termin der Jusos. Politisch Bildung nennt sich die Veranstaltung. Und es geht um den Akademisierungswahn heute Abend. Das ist ein Teil unserer innerparteilichen politischen Meinungsbildung. Der Politisch ist ein wichtiger Bestandteil der Jusos. Jeden Donnerstagabend wird über aktuell politische sowie auch innerparteiliche Themen diskutiert. Damit alle Teilnehmer auf dem gleichen Stand sind, werden in kleinen Gruppen Texte erarbeitet, die die Grundlage für die anschließende Plenumsdiskussion bilden. Hat mit dem Recht auf Persönlichkeitsbildung durch Lernen, ist Lernen vielleicht auch das Stichwort. Also jedem Menschen, jedem Individuum irgendwie die Chance zu geben, zu lernen und selber zu entscheiden. Als Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, der sich beispielsweise mit dem Ausbau von Kita-Plätzen beschäftigt, hat sie die Möglichkeit, die politische Realität zu verändern. Wie genau ihre Arbeit aussieht, hat sie uns erklärt. Zum einen habe ich einen Wahlkreis, also ich bin direkt gewählt für den Wahlkreis Körde. Und man hat ganz viele Kontakte vor Ort mit unterschiedlichen Trägern, mit freien Initiativen. Also ganz viel Wahlkreisarbeit, klassische Kommunalpolitik. Und dann, wenn es um die Gremienarbeit geht, das ist dann irgendwie eine andere Baustelle, dann debattiert man natürlich erstmal inhaltlich. Doch was ist Katharinas ganz persönliches Anliegen? Ich finde, es ist durchaus wichtig, auch nicht nur innerhalb der Politik, sondern irgendwie bei allen Möglichkeiten, die man hat, dafür einzustehen, dass man eine solidarische Gesellschaft möchte, eine weltoffene Gesellschaft.